Hallo und herzlich willkommen auf meinem Channel. Mein Name ist PolotaLP und wir spielen heute Alien Swarm mit dem wunderbaren skilllosen Toppen. Hallo. Bescheuert. Das erste was du sagst. Wenn ich beleidigt werde, muss ich hier lachen über so haltlose Anschuldigungen. Du hast auch wieder recht. Du hast in nichts kommen. So, wir spielen Alien Swarm. Multiplayer, Shooter, Alien Vernichtungsspiel. Aber es ist kein First-Person Shooter. Das kann man schon mal dazu sagen. Genau. Danke für dein Input. Wie mach ich jetzt auf? Einfach auf Kampagne spielen oder was? Genau. Mit Freunden spielen. So wie es immer gemacht. Neue Spiele bestellen. Genau. Und dann Kampagne einfach oder was? Ja, da kannst du bei Mission starten. Genau. Da kannst du dann irgendwie noch... Ich hab jetzt mal alles ganz richtig genommen. Die Timo Station, weil das glaube ich das erste ist. Ah, okay. In der Rest passt, glaube ich so. Aber Kampagne, Jacob's Rest, da waren wir da zuletzt oder was? Ne, das ist die Kampagne und da gibt es bisher nur einen. Oder ich zumindest. Also ich mach mal Spiel starten jetzt. Der Dadevorgang, er läuft. Bin schon mal weiter als vorher. Bei mir ist es schon angezeigt, aber ich warte noch bis zu fertig geladen hast du dann. Genau, ja. Warte, ich hab's gleich. Aber musst du zu sagen, wir haben es gerade eben schon mal probiert. Und da hat's nicht so gut funktioniert. Jetzt muss ich rein, oder? Ja. Aber ich kann gar keine Waffen auswählen. Ach, ich muss jetzt den Typen auswählen. Ich geh mal zurück und warte, bis du drin bist. Läuft der Balken unten? Hm. Nö, bisher nicht. Mal bei mir vorher auch so. Ah, bisschen. Player toppen ist connecting. Er scheint vielleicht doch zu gehen. Ah, da ist er. Genialos. Dann funktioniert es doch. Da lag's an dir vorher. Player has joined the game, da bist du hier. So. Hä, wie er gleich einen Techniker nimmt. Klar. Jede Mission braucht einen Techniker, haben wir vorhin festgestellt. Ja, das ist... Also hier gibt's wieder so ein paar Charakter zum Auswählen, die alle besondere Besonderheiten haben. Und man muss leider einen Techniker mitnehmen, weil der Türen aufmachen kann. Und Computer bedienen, oder? Ich glaube eher, es geht, glaube ich eher darum. Ja, oder bei uns, ja. Ja, und dann mit Minigames und was weiß ich. Deswegen müssen wir leider immer einen Techniker dabei haben. Jetzt ist nur die Frage, ob ich was anderes nehme als den ersten, den vorher... Ich glaube es mehr als zielsuchende Raketen. Ja, man kann sich das ja schon angucken. Was kommt. Ist stimmt. Und ja, ich habe die zielsuchende Raketen genommen. Ja, wie funktionieren die jetzt? Wie löst man die überhaupt aus? Weil die Rüstung haben wir ja auch nicht so ganz gecheckt. Ja, ich glaube die Rüstung ist automatisch und das heilt den bei auf eins und Raketen wahrscheinlich auch sowas. Ach, da steht's ja, Hinweise. 20% weniger Schaden, passiv. Bei der Rüstung. Steht's ja. Schadensverstärker, das ist eine Schadensaura. Ist aber nicht passiv. Ne, das kannst du so ein Ding legen. Hast glaube ich zwei Stücke und dann... Ah, dann muss man in dem Bereich bleiben oder wie dann hat man Schaden. Ja. Ja. Ähm, soll ich auch mal die Raketen? Ne, die Raketen kannst du jetzt nicht noch mal die Rüstung. Also von mir aus können wir los. Ich bin ready. Mission beginnen. Ach, ich muss es jetzt drücken oder wie? Ja. Hä, das haben wir vorhin... Waren wir vorher hier? Ne, aber... Wir haben ja vorher auch nicht die erste gespielt. Ach, wir haben vorher... Ach so. So, also wir spielen jetzt hier die allererste Rüstung. Hä, was sind das für Viecher? Äh, da kann man schon noch mal durchflaschen, glaube ich. Das ist wirklich die allererste, oder was? Ja. Ja, das sind die von vorher, die wir kennen. Ja, aber die kleinen Teile am Anfang. Baham. Ja. Also eigentlich so richtiges Ziel haben wir mit dem Spieler nicht rausgefunden. Ähm, ich eh nur mehr zählen, denke ich mal. Ein paar kleine... Das müssen wir jetzt machen. Ja. Ist mir Deckung? Ja, wird schon dabei. Die gibt's auch PDS, aber was die so genau bringen. Kann man, glaube ich, dass es mehr so storymäßig lesen. Ja, aber die Story ist echt verarscht. Ich drück's mal drauf. Hä, abmelden was abmelden? Ich mach mal lieber's. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, das ist voll geil. Das ist ein geiles Ding. Oh, die Türchen fasster manch, glaube ich, falls gewonnen. Nee. Hey. Was ist das denn? Ich hab Angst vor deinem Zweier oder sowas. Ey. Ich hab Angst vor deinem Zweier oder sowas. Hä, ist das sicher, dass es die erste Mission ist? Ich glaube eher nicht. Die Fische sind ja viel stärker als die anderen. Die schießen können. Ja, ja. Und die Eindieher haben ja echt. dass das andere die erste ja ich glaube wir sind die Karten die letzte oder KC der Ex-Benz wir müssen jetzt noch mal starten damit von Anfang an spielen können Teleport-Paket eintauschen also ich bin ziemlich sicher dass es nicht die erste ist ja gut dann ist es nicht die erste kann man hier Umfragen starten ich nicht umfragen starten Schropp-Kommentare das Teleportiere ich glaube ich einfach mal Kulis gebracht glaube ich ja wie kann man kann man jetzt nicht irgendwie die Mission abbrechen und Dings und so die andere Staaten das ja nö muss glaube ich noch mal eine Spielung Sollen wir? Ja Können wir mal Zurück zum Hauptmini jetzt können wir uns bestimmt wieder nicht einloggen zur Kampagne mit Freunden spielen ihr seht schon sehr professionell hier alles Niemals von uns oder das spielen Natürlich von uns Landing Bay ist das das erste oder? ja dann ist das das erste ja stimmt da kann doch Cargo Elevator 2 ist zweite oder? oh gut na man weh wenn man voll Nasen hier spielt dann kommt man echt so gar nix Spiel starten so lustig heute ja schon wieder Sommer nächste Woche soll es minus 15 Grad werden Sommer richtig mir ist egal was für ein Wetter ich renne immer nackt rum Sommer ja ich scheibe also du kannst von mir aus scheuen ok wer wird sie wenn es nochmal schneit eigentlich nein ich will kein Schnee mehr zu sämtlich weg jetzt kann auch weg bleiben mhm hat mir bei uns Noboard geholt super das kann man sich nochmal fahren damit das kannst du hier eh nicht benutzen ähm hier gibt's ja noch mal ein bisschen was ab und zu wenn halt schnau... geschneit hat wenn's geschneit hat wenn's geschneit hat wenn's geschneit hat mhm gut dann fangen wir von vorne an jo äh mission beginnen also hier haben wir uns gleich einen kleinen Einblick gezeigt was euch auf uns wartet ja zur Absicht ja sag doch alles professionell hier aber aber gut zu wissen das Ding an wo wir grad waren war einfach als am Anfang das hier ja da sind wir direkt genippelt ich weiß halt auch nicht mehr wo hier was war ist doch egal einfach alles wegboxen Techniker benötigt steht hier ja ich mach aber unten auf was soll der Scheiß ich bin ich nicht okay stimmt ihr kannst du mal hinbauungsgeschützt ach scheiße das ist doch viel schwieriger k du bist schon fast tot was ist mit dir los ja keine Rüstung an dieses Mal ja aber selbst ohne Rüstung dürfst du jetzt nicht alter ja weil die halt mittendrin stand ich glaub ich in demnächst reicht wieder die Rüstung ja das Problem ist ich stand hier ja das Problem ist ich stand hier und wollte dir helfen aber hab dann dein Geschütz abgeschossen ja super ähm das Geschütz kommen da jetzt überhaupt noch Gegner ja die erste Map ist viel schwieriger als die wo wir grad eben gespielt haben man ja das wäre eigentlich scheiße wenn man gleich stirbt kommt ja nochmal ein Healding hin ne das war am zweiten ich glaub das war hier aber keins das ist das ist ja ein Spiel du bist übelgutpositioniert glaube ich ja das ist richtig strategisch gut doch dein maul jetzt gab es hier echt keinen ich glaube nicht, das glaubte war die andere Map in der allerersten, da sind wir ja direkt genippelt und da gab es keine Map nein, keine, oh, danke du musst auch mal Schaden nehmen, kann ja nicht sagen, dass ich die einzige grüne Schaden nimmt warte, 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 warte ja, hast auch wieder recht was ist das hier? ach, das sind Teile und Schweißgeräte das muss man so aufwegschweißen wieder, ah, hier kann man aber hinzuholen das ist einfach weggeboxt ach stimmt, der guckt, das war das, da kommt kein Ding ich brauch's mal durch die Tür hä? lustig, schon zu mir sogar dann hol ich mal das Teile und Schweiß auf ich guck, dass hier von hinten nix kommt das ist doch irgendwie schwachsinnig, dass es aufschweißen muss bisschen Techniker und kannst den Computer hier nicht benutzen, um es aufzumachen der was so, oh oh ich will die Akkette noch einmal einsetzen da hinten haben sie versucht die Tür aufzumachen da kommt her und wie sind die Raketen das probiert ne noch nicht das auch kennen sie ja dann das geschützt, ballert gerade alles weg da ist einer, da kann ich's reinhauen, aber es macht doch wohl ganz Sinn heißt doch egal lol ah, die sind sogar Zielsuche und das heißt, ich habe wahrscheinlich nie mehr getroffen als ja und jetzt sind sie leer bei dir, oder was? ah ne, du hast noch zwei Stück, oder? ja, mal zwei zwei so salven, oder? ja, zwei Raketen, zwei so salven ja Alter, dann sind ihr voll geil für den Boss, oder so glaub ich so das müssen wir uns das merken, wenn wir im Bosskampf vor uns bestehen da steht, müssen wir die Dinger mitnehmen das ist einer das sollte eh wahrscheinlich viele Sachen ein paar Mal spielen ja wir müssen wahrscheinlich viele Sachen ein paar Mal spielen ja, eigentlich ist es ja für vier Spiele ausgelegt Allah, sag doch was nein, sorry in der ersten Map auch geil wieder dran steht und einsatz getötet Müsse irgendeine Leute starten gehen ach, keine weniger Techniker oja oja oja, geht da auch ja, selber schuldig, wenn man mich nicht am Leben hält o gehen Sie an Sanitäter mit, um Einheiten zu heilen das heißt, ich bin immer drauf angewiesen, dass du keinen Scheiß baust ja, es war jetzt dumm gelaufen scheißegal eigentlich ich glaube, ich nehme mir die Lust drum mit ja, für das erste Ding war weh keinen ich glaube, für dich wäre die Rüstung prinzipiell das Beste lol ja, nein, ich meine, wenn du das scheiß Gesitz halt immer aufstellst ja, neu starten ich kann schon nochmal wechseln, ja oder ja, ich glaube schon, das kommt jetzt, komm her aber das erste Mal lief's eigentlich übel gut, da sind wir ganz gut durchgekommen bei der ersten Karte? ja ne, da sind wir auch gestorben ja, aber da sind wir fast bis zum Ende durch ja, super bei der ersten Karte ja, aber ich sag ja, das ist ein bisschen schwer ja, die erste Karte wahrscheinlich auch die schwerste Map ja, wie bei jedem Spiel halt kennt ja jeder, ja abrollen und projektieren, warum hat uns das vorher nicht gesagt? wollte er wohl nicht was ich hab' ich hab' nicht gewusst ich hab' ich das bisher nicht gewusst Ey, Maschinegeler nicht, glaub ich das braucht auch entscheidend Maschinengewehr, das ist auch das allererste Maschinegeler, das es gibt deswegen ist das wahrscheinlich auch nicht so stark Come on, baby! Come on, baby! Oh, ja, oh, oh, oh! Oh, ja! Who's the man? Ähm... Ähm... Ich glaube, wir müssen... Ja, lohnt es sich, glaube ich, mal so aufzustellen. Nee, ich glaube auch nicht. Oh-oh! Ich hab' ein Maschinengewehr geil als Mainz, kann es sein. Kommt gut sein, also mir gefällt es gut. Man kann sich die Tür auch kaputt bei einer Wohnung. Nee, ich glaube, wir können das Garten, wir können das nicht machen. Doch. Ich hab' gerade draufgeschossen, ich hab' was verloren. Ja, aber der war ein Weg, deswegen war das nicht der Mensch, oder? Nee. Doch, schon. Ja, aber dann würde es ja auch keinen Sinn machen, dass man Techniker unbedingt braucht. Ich glaube, je nach... ja. Doch. Ist ja über die Munitionsverschwendung, wenn man in die offene Tür schießt. Ja, und jetzt? Ja, aber es geht ja trotzdem. Ja, es geht trotzdem. Aber, ja, es gibt, glaube ich, diese Minigamespiele, wo du es jetzt nicht gesehen hast, und die gehen nicht ohne Techniker. Ja, okay. Kannst du wieder reinbauen? Ja. Mach mal. Ups, ich wollte eigentlich schießen. Ich glaube, je nachdem, niemand läuft, das ist irgendwie auch nochmal anders. Gerade eben kann mir irgendwie aus der Seite mehr gegnern. Vor allem haben die nicht mehr. Ja, die versuchen hier oben die Tür wieder aufzuhauen, weißt. Ja, ist egal. Hä? Wie sind der jetzt hier durchgelautscht? Weil sich die Tür aufbaut. Ja, schon, aber... Das Geschütz hätte ihn eigentlich direkt eliminieren müssen. Ah, lass uns Geschütz machen, oder? Oh, das hat mich voll abgeballert, das Ding. Oh. Komm her. Bats. Das ist ja nur mit so einem Sparrensack. Komm her. Oh. Oh, oh. Weiter, oder? Ähm, ja. Kannst du abbauen. Ich glaube, das war's. Oh. Oh. und und kaum dafür und nicht ohne ok aber die kommen da gar nicht durch ich kann sich auch merken, dass man damit blockieren kann Schussradius an deinem Scheiß Ding da Guck mal gucken ob ich das locken kann da ich glaube die Partie da noch was ja, komm, Gott, gut Guck 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 ja, wo ich mir auch meine Tiefen mit hat er nicht, oder? Nee, noch nicht, aber das Nahtkampf verschiebt ich wollte sie einfach wissen, dass ein endlich aus Bauen. wieder alle weg jetzt kommt nichts mehr, doch kommt noch was ob ich glaube, trotzdem das ist ja sonst langweilig jetzt kommt hier wieder Piste was kommt acht achtes 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 kommt noch was anlocken kann das geschützt Hallo, Kinders! das geschickt hat mir so eine reingesammelt okay das muss man oben wieder aufbauen, da wo es letztes Mal war reicht ja wir sind jetzt schon mega die Bros auf den Karten, die wir gerade eben gezeigt haben hat man ja gerade eben gesehen, wo wir einfach abgebild sind so war es, glaube ich so war es, glaube ich ja, müsste passen ich freue mich noch ein bisschen ich muss jetzt wieder ein Minigame lösen ich freue mich ich freue mich auf den Leichen rum das ready? ich bin immer ready ich muss ja eh nichts machen das geschützt erledigt eigentlich alles Zugriff verweigert oh, Fehler gemacht oder was? nee, passt alles oh, dieser Lärm, hey wie gut das? ja, ich geschafft ja, die versuchen hier die Tür aufzubrechen ok, dann oh oh Alter, das soll so nicht geschützt gehen, ey ja, übelst ja, aber ist das Club safe ja dum 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 ja, ja ja, ja